Der Ortsname Lucy Lévis sagt ihnen sehr wahrscheinlich nichts. Auch im Ort selber ist von Street Art oder Graffitis nichts zu sehen. Lucy Lévis liegt etwa 40 Kilometer südlich von Nevers. Ein gutes Stück außerhalb liegt ein ehemaliger Hotelkomplex der Telekom, der vor sich hin gammelte. Künstler haben die Außenfassade und auch alle 80 Zimmer in den vier Stockwerken einzeln angemalt. Wie in den meisten Museum zahlt man Eintritt. Die Zimmer selber sind nicht freigegeben zum Fotografieren. Deswegen musste ich mich mit Außenaufnahmen zufrieden geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 uviertelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020